Drei Personen bei Unfall leicht verletzt. Auf der Staatsstraße zwischen Bad Griesbach und Rottal-Münster kam es am Samstagabend zum Zusammenstoß zweier PKWs. Auf der unfallträchtigen Schweimer-Kreuzung übersah ein PKW-Fahrer beim Abbiegen auf die B388 einen entgegenkommenden PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Glücklicherweise wurden die Insassen nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Die Feuerwehr Karpfarm sicherte die Unfallstelle und regelte den Verkehr.